So, schau mal dann auch bei E-Verein. Den Zantag gebe ich so und bestimmt schon. Iwa feiert sich ja auch Heimata Bayers. Go, wie wir sind auch vom Papfum. Heute, wo wir am E-Stadt in Bob-Streicher gegründet werden. Tverka, Säkelen. Wer ist hin, stört, aber du sie zu bieten. Ich habe dich schon vom Fußball geschwärt heute noch. Das kann als Chris Schägenloh, live von hier im Stand so. Chris, wer steht sich bei der Säkelen? Mario Kamil, wisst ihr gesagt, es geht uns gar nicht schlecht heim. Wir sind hier ein schöner Terras, bei mir ist Bob Angelsbierchen als Präsident von der Werke Schägenloh. Bob, als aller ist froh. Wett ist Schägenloh. Wir freuen uns alle Jäuers, muss in allen Jäuern wissen. Mario Schägenloh, das ist ein Aussuch von Freya. Das war ein Schägenloh, also ein Lauswurf, den ich nicht mehr damit gemietet habe. Dann hat er ein kleines Stöpstürs. Die Werkeleute haben immer gesagt, ja, darf ich also ein Fisch heim. Bei unserem Logo haben wir gedacht, wie Pinocchio am Anfang, weil er nicht mehr geklaut hat. Und leider haben wir gesagt, er hat nicht Fisch, er ist aber auch geklaut. Das ist am Anfang der Schäge. Okay, wir sind heute kein Schägele, wir sind heute ganz brav, meinst du? Wir stehen hier bei einer wunderbaren Schägelsterrasse. Das ist eine riesige Konstruktion. Wie lange muss da so etwas abbauen? Wir haben den letzten Samstag angefangen mit abrichten, weil wir brauchen ziemlich viel Platz. Und wir sind auch froh, dass wir von der Gemeinde auch die Kräne und die Geführergestalt kriegen, weil ohne Gemeinde man das hier nicht abbrechen. Weil wir sind hier auch ein Höchst von 4,50 Meter. Ich finde, ich kann mich hier durchgefahren, durch den Passage, wo die Leute gehen. Wir haben einmal von allem eine super Vue, wir haben auch schon ein Mini hier stehen. Aber ich glaube, wir haben nicht nur die Part, die du durchziehen und was tut der Heus aus alles. Wir haben auch viele Lützebäuerprodukte. Letz Fritz haben wir, und dann die Neuwein-Zoßes haben wir auch von der Produkte. Und dann haben wir Schnitzeln vom Metzler-Heu aus Etelbrick. Und denen kommt ein Salat gemäht, Feierstängs-Salat. Dann haben wir Koteletten, Grillwurst, Chicken Nuggets haben wir. Und ja, nach Susanne. Et viel du neust also. Et besannest wird dann noch organisiert, als den Afterwork. Den als Hauder-Muh, was genau das geht? Den Afterwork, den organisieren wir halt ganz hart über dem Konfisz-Zelt. Als um halb sechs Afterwork, und um sechs Uhr über drei Uhr läuft, auch DM. Da sind noch viele Leute, die das gucken. Und das geht bis drei Uhr an den Nustrad und dann ist einfach Schluss. Und dann stimmen wir ein Moin-Muh, und dann habe ich um den Dill. Das ist gerade eine spannende Noven. Also, das ist eine spannende Weekend. Also, ich habe es nicht. Es geht sportlich. Das ist so gut, wenn heute das Sitz auch an den Afterwork. Und dann leben wir noch weiter. Und da gibt es den Fussball auch gewiss. Ja, der Fussball geht gewiss. Also, da muss man auch auf dem Sitz und dann können sie weiterfeiern. Also, so viel wie sie packen. Und ich habe noch etwas länges zu essen, aber da. Perfekt. Mal schmengen wir nicht. Heute lohnt sich schon Ballenfall. Bob? Ja. Prost. 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 Na, reppest du Bob? Seid nebst. Wir müssen heute noch mal am TÜV-TÜV zusammen auf dem Werk. Und dann haben wir lange packen. Wir müssen heute noch mal in den Stand. Mal, merci vielmals. Zdreck bei dusch, Kamil. уже mal am TÜV-TÜV. Ich verscheide nur als väl рассказывieren. Hurd